Ich lerne Deutsch. Nummer 8875 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich stimme dem zu. Ich bin deiner Meinung. Ich stimme dem zu. Ich bin deiner Meinung. Gefällt es dir da oben? Kannst du jetzt besser sehen? Gefällt es dir da oben? Kannst du jetzt besser sehen? Wir sind Zwillinge und immer gleich angezogen, also kann man uns nicht auseinander halten. Wir sind Zwillinge und immer gleich angezogen, also kann man uns nicht auseinander halten. Wir müssen uns entscheiden. Welche Version des Plans werden wir dem Team morgen präsentieren? Wir planen eine Radtour durch die Berge. Sie soll mehrere Tage dauern. Wir planen eine Radtour durch die Berge. Sie soll mehrere Tage dauern. Ich brauche zwei Batterien für meine große Taschenlampe. Hast du welche? Ich brauche zwei Batterien für meine große Taschenlampe. Hast du welche? Ich brauche zwei Batterien für meine große Taschenlampe. Hast du welche? Von der Decke hängt ein Kronleuchter. Von der Decke hängt ein Kronleuchter. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.